Heute, ich bin hier noch bei den Dreharbeiten und wir sind in den letzten Zügen für die 16. Staffel, ab und zu 16. Die 16 ist für mich ganz wichtig. Am 16. Dezember bin ich bei Thomas Anders in seinem Podcast und da freue ich mich schon extrem drauf. Am 16. Dezember, oh da kommt der, da kommt der andere. 16. Dezember beim Thomas Anders im Podcast. Modern Talking, einfach anders. Der Podcast mit Thomas Anders. Ab jetzt online da, wo ihr am liebsten Podcasts hört. Hört doch mal rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Euer Thomas Anders.